Hallo, was machen Sie, Ahan? Ja, wir hatten in der letzten Zeit sehr viel über Vtube gesprochen, um wie man seine VM-Charaktere in Blender und Unity bearbeiten kann oder halt konvertieren kann, um sie im Programm zu nutzen. Ich arbeite halt nun primär mit Unreal Engine und daher dachte ich mir, ich zeige euch ein Plugin, mit dem ihr halt eure VM-Charaktere direkt importieren könnt, ohne dass ihr sie halt vorher mit gegebenenfalls wahrscheinlich Blender einfach in der FBX-Datei konvertieren müsst. Das Plugin hatte ich euch schon vor einem Jahr schon mal gezeigt für die Unreal Engine 4.27, glaube ich. Ich bin mir da jetzt nicht 100%, ihr könnt auch 2.6 sein. Ist jetzt auch egal. Es gibt es jetzt schon eine Zeit lang für die Unreal Engine 5, aber ja, ich habe komplett verpeilt, das euch zu zeigen und generell das Plugin hat ein paar mehr neue Optionen für uns da und da dachte ich mir. Es ist jetzt eigentlich mal Zeit, dass ich euch zeige, ja, generell, wie man das Plugin wieder nutzen können, dass man das halt in der Unreal Engine nutzen können, dass man eure Charaktere halt in Unreal Engine reinbekommt. Und was man damit so alles anstellen kann, zeige ich euch in den folgenden Tutorials. Ich will es jetzt halt alles mal neu versuchen und versuchen, die Tutorials in kleinere Kapitel einzuteilen, weil, ja, so eine halbe Stunde Tutorial ist halt doch schon ziemlich heavy. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie besser unterteilen kann, dass es halt mehrere kürzere Tutorials gibt und nicht mehr so viele einzelne lange. Mal gucken, ob das klappt, ob ich das hinbekomme. Wie gesagt, heute geht es darum, wie kriege ich einen VM-Charakter in die Unreal Engine 5. So, fangen wir am Anfang an. Wir brauchen erstmal das Plugin und dann müssen wir auf eine GitHub-Seite. So, hier sind wir auf der GitHub-Seite. GitHub solltet ihr kennen. Ich habe es jetzt schon ein paar mal vorgestellt. Wie gesagt, hier kann man verschiedene Plugins für alles mögliche runterladen. Viele Programmierer nutzen das halt, um halt Projekte, Plugins etc. zu teilen. Und wir holen uns halt unser VRM4U, nennt sich das Ganze. Ich habe die Seite natürlich für euch unten verlinkt. Ihr müssen auf den Link drücken und dann seid ihr halt schon auf dieser Page. So, was wir jetzt machen müssen. Wir gehen einmal hier bei Releases, drücken dann drauf und schon haben wir eine große Auswahl an Plugin-Versionen. Ihr nehmt natürlich das Plugin für eure Engine, die ihr nutzt. In meinem Fall hier VRM4U 5.0, ist jetzt die aktuelle Version für die Unreal Engine 5. Einmal draufdrücken und zack, wird der ganze Quatsch runtergeladen. So, dann gehen wir einmal in unserem Download-Folder. Hier haben wir halt, ja, eine ZIP-Datei. Die müssen wir erstmal packen. Ähm, hier 7-ZIP. Ich mache es einfach mal hier. Zack, boom. Da, Plugins. Das muss jetzt an die richtige Stelle. Hier müsst ihr wirklich aufpassen, weil wenn das jetzt falsch platziert ist, bringt euch das Ganze nichts. Das findet nämlich Anwil nicht. Wir müssen nämlich unser Projekt suchen. So, in meinem Fall wäre hier, dass ich meinen YouTube-Test kann. Das ist das Projekt, in dem ich halt meine Tutorials aufnehme. Da muss das rein. Wie gesagt, ihr müsst hier halt wirklich aufpassen, dass es an der richtigen Stelle ist. Dort, wo dieses U-Project drin ist, dann seid ihr richtig. Da muss der Plugins-Ordner rein. Ihr werdet in dem Projekt an und für sich erstmal keinen Plugins-Folder haben. Der kommt erst halt dazu, wenn ihr halt ihn anlegt. In dem VRM4U-Fall ist es halt tatsächlich einfach für uns. Da ist schon ein Plugins-Ordner rein. Komplett einfach so reinziehen. Wenn ihr dann weitere Plugins für alles mögliche haben möchtet, müsst ihr das halt einzeln hier mit reinziehen. So, so muss das sein. So gehört das. Dann kann das zu. Dann öffnen wir das Projekt. Ich habe mit der Übersicht zeitshalber einfach mal entschlossen. Ich mache ein Level auf. Es ist noch nichts drin. Unsere Landscape ist halt in einem anderen Level. So. Soweit, so gut. Dann gehen wir unter Edit in Plugins und suchen uns das Plugin. 4M4U hier. Das müsst ihr einfach enablen. Das ist bei mir schon gemacht, weil ich das ja schon aktiviert habe. Ihr bekommt hier unten dann die Anzeige Engine neu starten. Das macht ihr kurz und dann funktioniert alles wunderbar. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon loslegen. Geht an den Content-Browser. Ich mache mal einen neuen Folder. Und dort ziehen wir dann einfach unseren 4M-Charakter rein. Den nehmen wir denn mal. Wir nehmen mal den Jonas. Den nehme ich mal mit. Blöp. Hier haben wir einmal den Importer. Einfach die Optionen, die uns annual gibt. Was möchtet ihr jetzt eigentlich von dem Modell mitnehmen? Was soll ich euch anlegen? Ich zeige euch einfach so die Basics, die man für die meisten Sachen braucht. Es gibt natürlich auch spezielle Sachen, die man halt anhaken muss oder nicht anhaken sollte, wenn man halt spezielle Sachen machen möchte. Drauf gehe ich jetzt halt nicht ein. Das wird halt einfach ein bisschen kompliziert, weil es jede Menge. Könnt ihr euch ja selber mal durchlesen, was man alles anziehen muss. Kann nun nicht. Ich werde euch einfach nur so die Basics zeigen, was ich halt für sinnvoll halte für den Anfang, dass ihr die meisten Sachen halt mit dem Modell nutzen könnt. Wenn ihr spezifische Sachen machen wollt mit dem Modell, müsst ihr natürlich extra drüber gucken, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ist halt von Fall zu Fall unterschiedlich, was im Endeffekt mit dem Modell gemacht wird. So, ich würde sagen, ja, wir haben das Thumbnail. Ist das der Charakter? Einfach nochmal zur Kontrolle. Stimmt das, was ich hier reingeladen habe? Ist das der richtige Name? Dann empfiehlt sich die A-Post drinnen zu lassen, weil wir eventuell ja Animationen nutzen möchten. Und wenn wir das halt wie tagen, haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ohne großartige Probleme auf unser Mannequin passt, das in Anfield schon angelegt ist. Und die meisten Sachen, die man halt über den Marketplace kriegt, sind für das Mannequin angelegt. Wenn es gut funktioniert, kann man diese Animation auf unser Mesh auch anbringen. Es gibt immer ein paar Ausnahmen, es funktioniert nicht immer 100%. Generell, Animationen sind immer so ein bisschen hakelige Sachen, wenn da irgendwie mal was nicht stimmt, funktioniert es nicht. Also da, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es problemlos funktioniert. Das nächste, was ich für wichtig erachte, ist halt unser Metal Type, also quasi wie unser Shader aufgesetzt ist. Es ist nicht wirklich der Shader, aber ich glaube, dafür steht man eher drunter, was ich meine. Hier, automatisch ist halt immer der angelegt, der auf dem Mesh halt festgelegt ist, der hier genutzt wird. In dem Fall, wenn ihr das wie ich aus Fieber Studio rausgerendert habt, wird es der M-Tune Unlit sein. Der funktioniert auch wunderbar in Anfield, den nutze ich auch persönlich ganz gerne. Ich mag einfach, wie der Shader aussieht. Werdet ihr wahrscheinlich merken, weil alle meine Charaktere oder fast alle meine Charaktere diesen Shader haben. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen machen. Das Problem natürlich mit diesem Shader ist, der Charakter kriegt keinen Schatten-Bub ab. Er macht zwar einen Schatten, aber er kann keinen, ja, auf ihm gibt es keine Schatten. Funktioniert halt einfach nicht. Ihr könnt aber durchgehen, was euch am besten gefällt. Am besten ist halt wirklich einfach mal gucken, ausprobieren. Je nachdem, was ihr halt auch machen möchtet. So, ich bleib hier bei meinem Thun-Shader. Bei der Skalierung solltet ihr darauf achten, dass es bei 1 ist, dass es halt einfach die Skalierung übernimmt, die ihr halt auch in Gewaltzudi angelegt habt. Falls halt euer Modell deutlich zu klein geraten ist oder zu groß, könnt ihr es hiermit ein bisschen anpassen. Es ist nicht optimal. Es wäre besser, wenn ihr die in Reward oder in Blender anpasst. Aber eine Möglichkeit, wenn man das halt jetzt nicht unbedingt machen kann, dass man sagt, okay, ich skaliere das kleiner, bevor ich es importiere, über Unreal. Was ich auch empfehlen würde, ist hier dieses Create Renamed Human and Mesh. Einfach, um uns ein paar mehr Optionen zu geben, was wir mit dem Modell machen können. Wenn wir uns halt gerade nicht so sicher sind, was wir brauchen, kiemen wir das erstmal an. Ich nehme auch mal die iKeybones mit, warum auch nicht. Unreal bietet sie uns an, wir können sie ja mitnehmen. Vielleicht wollen wir auch in Unreal selbst animieren. Dann müssen wir kein Programm wie Blender oder so weiter nutzen. Und wenn die iKeybones funktionieren, ist das auch super. Physik hätte ich gerne drinnen. Wichtig ist auch hier, wenn ihr eure Blendshapes behalten möchtet, also die Geschichte, die euren Münder bewegt und so weiter. Das sind alles Blendshapes. Lasst die Morph-Targets an. Wenn ihr das hier ankiht, sind die weg. Dann existieren die nicht mehr, dann funktioniert das nicht. Wenn ihr zum Beispiel euren Charakter später nutzen möchtet über Lifelink oder ähnlich Geschichten, dass ihr halt über Unreal direkt streamen könnt, braucht ihr die, sonst bewegt sich alles, nur nicht das Gesicht. Translucency ist meistens auch immer eine feine Sache. Die meisten Materials für Charakter und Klamotten haben doch irgendwas, was mit einer Alpha ausgeschnitten ist. Also solltet ihr darauf achten, dass das halt auch aktiviert ist. Also in dem Fall halt nicht aktiviert ist, weil es heißt ja, no, Translucency ist ein bisschen komisch gemacht. Ja, und das andere können wir erstmal so lassen. Wir haben ja auch ein paar Informationen. Skeletten kann auch hilfreich sein, wenn ihr mehrere Charaktere reinladen möchtet, dass ihr halt einen reinlädt, komplett alles anpasst, dass das Skelett auch mit der Retopo funktioniert. Und dieses angefertigte Skelett könnt ihr dann halt, sofern alle anderen Charaktere sich die gleiche Struktur teilen, auch halt direkt hier importieren. Dann habt ihr euch ein bisschen Retopo gespart. Funktioniert meistens immer richtig gut. Falls es halt Proportionen, Unterschiede gibt, kann es nicht funktionieren. Aber es erleichtert halt schon viel da, gerade die Ririd-Sachen, um die es ja gerade geht, doch von der Struktur halt alle sehr, sehr gleich sind. Und wir haben alles genommen, was wir brauchen. Einmal importieren. So, das Importieren an sich ging noch eigentlich recht zügig. Wir haben alles das, was wir halt brauchen. Wundert euch nicht, wenn ihr deutlich mehr Materials habt, wie ich. Ich habe halt beim Rausrendern ausüberstudio angeklickt, ja bitte mesh mir meine Materials zusammen, dann habe ich deutlich weniger. Werdet ihr wahrscheinlich nicht gemacht haben, ihr werdet ein paar mehr haben. Und dann können wir auch schon hier erstmal stupide das Modell an sich reinziehen und gucken. Fällt doch ganz gut aus. Ist alles da, wo es hingehört. Optisch passt das. Nichts verloren gegangen, alles super. Kontrolle ist immer wichtig. Es kann immer Probleme geben beim Importieren. Das hat das so an sich. Es gibt immer mal irgendwo einen Fehler, können Sie immer einschleichen. Und hier gestaltet sich dann halt der Vorteil, dass wir gesagt haben, wir möchten dieses Mesh duplizieren. Wir haben drei verschiedene Skelettel-Meshs. Je nachdem, was wir nutzen möchten, was funktioniert, können wir uns dann halt eins aussuchen, was wir an unseren Jonas halt anlegen. Ist halt ein großer Vorteil für uns, dass wir halt einfach irgendwas finden, was halt über unser schon vorhandenes Mannequin in Anvil funktioniert. Und das, was funktioniert, können wir dann halt später für die Retropo nutzen und einfach Animationen, die halt für unser Mannequin sind, auf unseren Jonas in dem Fall machen. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Unser Jonas ist drin. Euren Charakter könnt ihr jetzt halt, wie gesagt, Problemus in Anvil reinziehen. Animationen werden wir dann in weiteren Tutorials behandeln und halt auch fortführend, was wir dann halt mit diesen Animationen machen können. Sprich, das Ziel wird sein, in den nächsten paar Tutorials, die kriege ich jetzt Jonas so weit, dass ich ihn als Third-Person-Charakter spielen kann, sodass ich halt ihn einfach nutzen kann in der Welt und darin umlaufen kann. Ja, dann danke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das ist ein bisschen angenehmer, wenn ich die Tutorials kürzer fasse und in kleinere Teile einteile, dafür öfters, welche hochlade, dass es dann halt für alle einfacher ist. Ja, dann wäre ein Like und ein Abo ganz gerne da oder generell, wie findet ihr das, wenn ich die Tutorials halt einfach kürzer fasse, dafür halt mehr davon mache oder wollt ihr so ultra lange Dinger, die halt halbe Stunde und länger gehen? Ja, dann schreibt mal in die Kommentare und ja, wir sehen uns beim nächsten. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.